Morning Boys and Girls. Meine Lieben, heute geht es richtig zur Sache, denn wir machen am Anfang noch eine kleine Ergänzung zur Grammatik und dafür braucht ihr natürlich die üblichen Utensilien, Stifte und Grammatikheft und so weiter, aber danach machen wir dann eine Übung, wo ihr wirklich zeigen könnt, ob ihr es drauf habt und zeigen könnt, ob ihr diese neue Zeit Simple Past richtig begriffen habt. Aber zuerst zu unserer kleinen Ergänzung, wenn ihr zurückdenkt, dann erinnert ihr euch sicher, wir haben die Simple Past Formen von dem Verb be besprochen, dann in dem zweiten Video die Formen von den ganzen regelmäßigen Verben und heute beschäftigen wir uns mit den unregelmäßigen Verben. Das heißt unregelmäßig, das heißt ganz einfach, sie passen zu keiner Regel und das wiederum bedeutet, dass man diese Formen einzeln auswendig lernen muss. Ich habe das aufgeschrieben, jetzt braucht ihr eure Grammatikhefte, Simple Past, unregelmäßige Verben und hier in der Ecke seht ihr, man kann das auf Seite 166 im Englischbuch nachlesen. Die Formen der unregelmäßigen Verben müssen einzeln gelernt werden für eine ausführliche Liste, siehe Buch, Seite 231. Auf der Seite 231, das sind ganz viele Formen, ich habe jetzt einfach 6 ganz wichtige, ganz häufige ausgesucht und die zeige ich euch gleich, jeweils mit einem kleinen Beispiel. Ich lege das jetzt weg und hier sind 6 unregelmäßige Verben. Go, wird zu, went, I went to school yesterday. Come, wird zu, came, she came home at 10 o'clock. Have, wird zu, had, we had fun in town. Win, wird, won, they won their match last weekend. See, wird zu, saw, I saw my friend yesterday. Und do, wird zu, did, he did his homework. Die schreibt ihr auch bitte ab. So, jetzt zu unserer Übung. Und da hätte ich ganz einfach gerne, dass ihr schreibt oder sagt, was ihr letzte Woche gemacht habt. Und keine Sorge, man darf gerne fiktive Dinge dazu erfinden, wenn man der Meinung ist, dass man eine ganz, ganz langweilige Woche gehabt hat. Dann darf man kreativ sein. So heißt die Übung. Say what you did last week. Am besten mit Punkt. Und um euch zu unterstützen, habe ich ein paar Begriffe aufgeschrieben. Yesterday heißt gestern. The day before yesterday. Vor gestern. Last Monday. Am letzten Montag. Last weekend. Am letzten Wochenende. Und wenn ihr die verwendet, dann stehen sie am Satzanfang. Yesterday I played football. Last Monday. I went to school. Und so weiter. Und damit ihr in die Gänge kommt, habe ich auch ein paar Ideen, ein paar Vorschläge. Dinge, die man schreiben kann. Zum Beispiel Watch TV. Und Vorsicht, diese Formen, die ich aufgeschrieben habe, sie stehen ja alle in der Grundform im Infinitiv. Da muss man natürlich die Simple Past Form benutzen. Also Watch TV. Do homework. Die, die mit Fragezeichen versehen sind, sind übrigens unregelmäßige Verben. Und da könnt ihr diese Seite 231 im Buch aufklappen und dann findet ihr die entsprechenden Formen. Watch TV. Do homework. Play in the garden. Read a book. Go to bed. Brush your teeth. Eat breakfast. Cook food. Und so weiter. Und dann ergeben sich Sätze wie. Yesterday at 10 o'clock I watched TV. Then at 11 o'clock I did my homework. Then I ate lunch. And after that I played in the garden. Und so weiter. Und so fort. Und wenn ihr das richtig machen wollt, und natürlich wollt ihr das richtig machen, dann kann man am besten mündlich anfangen. Einfach ein paar Sätze sich überlegen, vorsprechen. Und wenn ihr das gut geübt habt, dann könnt ihr das in Textform festhalten. Die Texte müssen nicht lang sein. Es reichen 4, 5, 6 Sätze. Und diese Texte könnt ihr mir auch sehr gerne per E-Mail zukommen lassen, damit auch ich sehen kann, ob ihr das alles verstanden habt. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, das macht euch auch ein bisschen Spaß. Ich hoffe auch, dass wir uns sehr bald wiedersehen werden. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, gute Gesundheit. Und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.